Herzlich Willkommen meine Freunde zu einer Runde, eine neue Runde Minecraft Minigames. Heute wieder auf dem The Hive Server und zwar spielen wir heute Trouble in Mineville. Trouble in Mineville ist ein Spielprinzip von Gary Smott. Man sammelt hier Waffen und versucht dann die Traitor zu killen. Dann gibt es noch Detektive und es gibt die Innocence. Die Innocence sind halt random Leute und ja und wir gucken mal, ich kenne die Map hier gar nicht. Unser Hive war glaube ich mit der erste Server, die es überhaupt so gab und dort hatten sie nur Trouble in Mineville und dann kamen irgendwann noch Dingsy dazu. Minecraft, genau, Minecraft kam noch dazu. Hier, Dings, wie heißt das? Survival Games kam dann irgendwann noch dazu. Und ja, jetzt gibt es das hier. So, kann man hier vielleicht durch? Vielleicht irgendwo ein Eisenschwert? Nein, kein Eisenschwert hier. Okay, mal gucken. Oh, das Schild, das nervt mich aber ein bisschen. So, Schild weg. Vielleicht, ich bin, oh Gott, ich bin ein Traitor. Das ist natürlich mega cool, ne? So, dann probieren wir mal irgendwie hier noch ein Eisenschwert vielleicht zu finden. Nein, hier auch nicht. Oh Gott, da ist der Tester. Lol. Lol, 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 lol. Meint ihr, ich kann ihn einfach so killen? Komm. So, ich hoffe, niemand hat es gesehen. Oh ne, jetzt habe ich einen Ohrwurm von Charlie Pooh. Oh Gott, die haben es gesehen, Leute. Och Mann, ey. Ich war auch ein schlechter Traitor, das muss ich schon sagen, ne? Äh, komm, weil es so kurz war, machen wir einfach noch eine Runde. Die Runde war nicht so gut. Die war echt nicht gut. Mann, 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 Mann. Äh, welche Map nehmen wir denn? Ich wäre ja für... Oh ne, für was habe ich gewotet? Ich habe keine Ahnung. Für Forge. Ich möchte eigentlich Forge haben. So. Neun Votes hat die Map jetzt. Geil. Wissen, ich habe die aus Versehen jetzt dreimal gewotet. Warte, ich kann ja nochmal draufklicken. Ah, ich habe schon gewotet für die Map. Okay. Dann wurde die da echt gerne für gewotet. Welchen Rang habe ich denn hier? Der ist Inspektor, ich bin Tracer. Okay, ich bin Tracer. Ja. Eigentlich sollte diese Woche ein Minecraft-Projekt stattfinden, aber das wird jetzt verschieben. Äh, verschoben. Weil der Developer nicht da ist. Schade, ne, Leute? Schade, 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 Schokolade. Aber deswegen habe ich dann gedacht, okay, jetzt habe ich so viel Freizeit, Urlaub gebucht und so für das Minecraft-Projekt und dann sowas. Och, jetzt hat der das bekommen oder was? Krass aus. Was ist denn diese Flamme da links? World Selector. Ah, cool. So. Ich hätte gerne eigentlich noch ein... Ah, danke. Äh, will ich da hoch? Ich will da eigentlich nicht hoch. Am liebsten wäre ich ja hier Traitor, ne? Aber ich habe leider nichts. Schade, schade. So, diesmal möchte ich mich ein bisschen schlauer anstellen. Und... Oh, da geht's runter. Das wusste ich nicht. Oh, ich liebe das Spiel, Leute. Ist echt. Oh, da steht jemand. Egal, ich schlage den runter. Auch wenn da keiner ist. So. Den schlage ich runter. So. Tschüss. War das ein Traitor? Oh Gott, es war ein Traitor. Es war ein... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Der, der, der greift mich einfach an. Den habe ich aber. Oh mein Gott, ey. So. Den habe ich. Puh, 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 puh. Ich habe nur das Eis und Schwert leider nicht. Äh, was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Der ist auf jeden Fall tot. Ich will da eigentlich keinen Fall... Wie ist denn einen Fall? Einen schießen? Ne, ne? Ne, lieber nicht. Lieber nicht. Lieber... Yes, mods are the next coming of Jesus. I forgot. Okay. Okay, okay, okay. So. Der steht da ja noch, ne? Ah. Oh Gott. Den konnte man treffen. Loy. Loy, lol, lol, lol. Ich habe ihn getroffen. Ich habe ihn nicht getroffen. Oh, jetzt kommt er. Jetzt kommt er. Oder? Sind sehr, sehr nah hier dran. Oh Gott, die wissen, glaube ich, dass ich hier bin, oder? Ich gehe mal lieber weg. So, ey. Was bist du denn da für einer, ey? Nein, ich werde nicht. Nein, ich werde nicht. Oh, okay. Oh, was? Ja, den haben wir auch. Wir haben auch Oh, oh, wir haben gewonnen GG, ja easy, Leute Haben wir auch noch eine Windfolge hier Perfekt, perfekt Hihihihihihi Äh, ich hab auch ein paar gekillt, ne Ich glaub drei oder vier Stück Ja gut, Leute, das war's dann mit diesem Part Von den Minigames Und wir sehen uns dann morgen wieder Bis dann, euer Kamito, haut rein und ciao